so willkommen zu einem neuen video fragment team mit hier am start jetzt habe ich natürlich erst mal wieder mein steam account hier komisch gestartet eben was war das denn naja so jetzt kann ich mal gucken wo muss er hin geradeaus ne ja hier ja genau in die richtung wir werden es schon finden ja irgendwie ist er eben bei mir geleckt glaube ich ja bei mir auch leckt hier rum was denn da los ich höre zombies ja ja du warst schneller ich bin natürlich daneben diesmal habe ich getroffen wo ist es ist denn ja wo ist denn in einem nebenraum ok ok noch mehr im nebenraum hier gibt es munition hier ist auch eine tür kann das sein dass das davor ist irgendwie warte mal ich glaube dass aber hier ist eine tür oh nein da nichts ja da ist es ja genau da ist das rätsel super vorsicht hinter dir ein brennender wieder löschen ach ich habe mir unser letztes video noch angeguckt das war auch lustig das war doch dieses wo ich dann einfach umgefallen bin und dann stand da irgendwie sie wurden vom hund getötet genau und das habe ich überhaupt nicht gerafft warum das so ist und ja ich habe es jetzt rausgefunden lag daran dass ich die ganze zeit geblutet habe und habe mich nicht verbunden ach so naja so naja mal nachladen hier grüße an mike die sind messertypen die geben mir auch einen pinsel ja die sind scheiße wo muss man überhaupt lang hier ach da oh ich habe ein gegner gehört ziemlich nah sogar ja der rente und sind waren gut dass wir keine lampen benutzen ich finde ein bisschen schneller könnte das game ruhig noch sein ne ja hast du gerade geschossen ja ich wurde verfolgt und gebissen oh haben ja geschlagen naja so ein 10er kantholz so leicht gekitzelt da oh oh nein gott sei dank gleich weg ich hasse diese schweiß viecher ich auch alter kann mir gleich wieder eine spritze geben bluten tue ich auch warte mal dann gibt hier keine spritze achso weil ich hab drei stück noch ich hätte dich auch verspritzen gib mir mal noch mal eine aber ich hab nur anderthalb irgendwie das geht nicht geht nicht aber ich vielleicht muss sie von hinten reinstecken ich stelle mich mal so hin es geht alles nicht geht nicht ja ist komisch ne manchmal kann man sich nicht komplett aufladen irgendwie nee ich kann mir jetzt auch keine mehr geben ach das ist weil du dich verbrannt hast irgendwie verbrennen dann diese Balken ah ok stimmt ja ah alles klar das ist auch wieder neu du standst ja auch die ganze Zeit im Feuer und hast dich die ganze Zeit gelöscht ja das war auch geil das hat auch gedauert bis ich das gemerkt habe dachte ich hä irgendwas stimmt hier nicht so wo müssen wir denn jetzt hin da wo geballert wird lädt er eigentlich beim laufen ja das gut hunde oder nicht die brauchen wir ja nicht die sind ja ich dachte hier kommen wir höllenhunde an oder so ja ich glaube hier mal gucken wir auf wen wir da so treffen jetzt wird so dunkel hier mhm oh da ist wieder so ne Mutti ich hoffe sie sieht uns nicht doch sie hat uns gesehen oh scheiße ok dann löse ich mal das Rätsel zack gelöst ohne Zombies ich dachte hier kommt nur einer angelaufen aber wir haben die Spinne gelöst ah das ist auch hier in dem Gebäude hier ne ja oh der mit der Spinne tanzt da freue ich mich ja schon drauf die Spinne ist echt so ein Thema für sich haben wir die eigentlich überhaupt schon mal besiegt ne ne ich glaube ich weiß es gar nicht ja ich glaube du bist ein komischer Miek oder Maik oder so ne ja dieses Viech meinst du mhm genau der schreibt sich irgendwie M-I-I-I-K oder so alter so schnell ja ach warst du das ne nein bist du geschossen ja war das doch die Spinne wieder schnell nachladen ja und Spritze wenn es geht aber man weiß echt nicht wo die herkommt ey diese blöde diese blöde Fotzenvieh wo ist es ach du scheiße hier jetzt ist sie da abgehauen das ging aber diesmal ne solange sie auch nicht angreift so langsam eigentlich angreift ja oh 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 hat ich dich getroffen ne die Spinne hat nicht gebissen oh Gott die rennt mir hinterher alter die hat mir natürlich nicht schön so jetzt geben wir es uns nochmal richtig hier oh gut hat sie dich auch getroffen ja ja ich war ein bisschen vergiftet und dann war die Vergiftung weg konnte ich mich heilen aber ich musste auch Munition aufladen ja wo ist denn das Vieh ach da es kommt wieder naja viel hat sie ja nicht mehr da hat sie mich wieder getroffen aber ah jetzt hat sie mich getötet ah Partner Sicht ach scheiße jetzt werde ich beschossen von der Uncreme oh diese Assis ey ja ich hab den gar nicht gesehen weil ich einen grünen Bildschirm hatte scheiße naja egal so wenn euch das Video gefallen hat Daumen dalassen Kanal abonnieren und Glocke aktivieren so ja 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 Vielen Dank.